Hi, ich bin der Danny. Willkommen bei Stichpunkt TV in 90 Sekunden. Online oder offline mit Freunden? Lieber offline. High Heels oder Sneakers? Weder noch. Ich bin ja mehr als ein Stiefeltyp. Dein Lieblingsessen? Lieblingsessen. Ich bin Italiener, also pasta. Was dürfen deine Eltern nicht über dich wissen? Oi, 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 oi. Das sind nur 90 Sekunden, also nächste Frage. Morgens im Bad brauche ich... Äh, ne Kippe. Würdest du eher auf Sex oder auf Musik verzichten? Ok, ich bin raus. Nächste Frage. Facebook oder Instagram? Äh, Moment. Instagram, ja. Lieber für immer taub oder stumm? Eher stumm wahrscheinlich. Tritt ich nicht besonders viel. Bei welcher Fernsehsendung schaltest du sofort weg? Berlin, Tag und Nacht, Köln, Familie, Brennpunkte, irgend sowas, ja. Ein Wort, mit dem deine Freunde dich beschreiben würden? Wortbeschreibung? Nein, das liegt mir auf der Zunge. Mega. Bist du eher Tag- oder Nachtmensch? Nachtmensch. Welchen Drink bestellst du dir, wenn du feiern bist? Bitte nochmal? Welchen Drink bestellst du dir, wenn du feiern bist? Ähm, am liebsten eigentlich Jack Daniels Feier. Aber auch gern mal einen Jägermeister. Wessen Gedanken würdest du gerne hören können? Wessen Gedanken? Richtig, meinen eigenen. Wessen Gedanken. Richtig, mein stinkser. Wessen Gedanken. せКを Podcasts. Ihrと思 roof- Hammersmith. Wessen Gedanken. Bis zum nächsten Mal.